ja und somit ein recht herzliches willkommen wieder zu guardians of the galaxy ich nehme hier direkt weiter auf vom letzten part ihr wisst das wenn ihr letztes gesehen habt ja und jetzt müssen wir hier etwas kämpfen ja das wollte ich jetzt zwar gar nicht aber es passt eigentlich eh ich wollte es eigentlich vorher ohne probieren ob es funktioniert dann hauen wir jetzt mal hier das hier raus ich weiß dass wir feiern wollen weil wir nur noch zwei schritte davon entfernt sind diesen kampf zu gewinnen aber wenn wir schon vor dem sieg tanzen schicken uns diese mistlöcher ins graben also bleiben wir konzentriert und zeigen diesen losern dass wir rocken wer ist dabei und haben gefilte gute angst genau so schau es nämlich aus ja das ist ziemlich unglaublich und sie dürfen dich nicht töten So, let's go, jetzt haben wir hier, ne, warte mal, was noch, was haben wir noch? Ah, ihr wollt, ne, nicht du, Junge, nicht du, Junge, nicht du, Junge, kräftige mal einen Finisher, oder? Zack, Finisher, wunderbar. Zack, weg ist er. So, da haben wir jetzt rein, gib ihm. Und Finisher, sehr schön, nice. Ah, okay, das ging ja. Das ging ja noch. Jetzt kommt er, oder? Oh, jetzt gibt er noch einen Torboost, irgendwie. Ach, du deine Güte. Jetzt lädt er sich noch auf. Na toll. Na toll. Jetzt, jetzt werdet ihr. Großer Einiger Raker. Ja. Kann ich denn, irgendwie, den Schild? So, jetzt, äh... Groot, vielleicht fest, oder? Er hat drei Lebensfahrten, oder wie? Ah, verdammt. Alter, ich check's nicht. Nicht durchdringen? Elektro, vielleicht? Nee? Ich glaub, das geht einfach nicht, oder? Ja, wenn der... Können wir hier irgendwie... Ah, verdammt! Verhindern! Na mach doch! Alter, wie lang dauert das? Heil doch! Da muss ich genau ankommen. So, Ulti! Let's go! Du wärst! Dein Glaube wird nie! Er hat gelogen! Er hat gelogen! Wenn ihr Fans sein wollt! So, wir sollten es in schweren Gereichwenzel! Äh, was ist jetzt? Können wir doch nochmal ein Ding starten? Ne, können wir nicht! Oh, mir ist alles schwarz! Hallo? Ich seh nix! Ich bin bereit! Doch, du eine Lücke! Aber konnte ich jetzt nicht ausweichen? Ich bin bereit! Aber konnte ich jetzt nicht ausweichen? Geil, dass ich mich ausschalten! Ja, jetzt! Äh... Festhalten! Und... Einmal attackieren, bitte! Nochmal attackieren! Nur mit dem! Nicht mit dem! Okay, das ist ein scheiß Schild! Willst du mich verarschen? Das gibt's doch nicht! Aber jetzt nur mal einen lieben! Okay, immerhin! Habt ihr keinen Lieb bekommen, so richtig? Das haben wir dann eh runterbekommen, eigentlich! Diese Flaknase ist auch meine Schüsse drauf! Sie dürfen dich nicht töten! Vielleicht doch Feuer? Ja, lass den Markus nicht raus! Nicht noch arbeiten! Hm... Wir haben nichts mehr! Aua! Was ist denn jetzt? Was muss ich denn tun? Huddle! Öh... Jetzt geht nach Ghetto! Da wen dann jetzt? Haben wir denn noch einmal raus hier? Wir haben ihn fast, Freunde! Wir haben ihn fast! Es ist fast unmöglich, ein Schlag durch ihre Verteidigung zu bringen! Ja, das machen wir schon! Der Ruf als fähige Kläger eilt Ihnen voraus, Peter Quill! Okay, diese Typen sind Zähne! Und? Okay, sie haben den Ruf, anderen den Kopf abzureißen! Und? Wir sind auch keine Mieten! Also los! Kommt mit mir! Zieht eure Klägen und Bomben und Äste und dann zeigen wir ihnen, wer Zeher ist! Wer ist dabei? Sehr gut, Peter! Zeit für eine enorme Stärke mit zu wenig eingesehen! Deine Stärke! Jawoll! Ah, Pasche für ich ja glaube ich bin gut, oder? So, jetzt haben wir hier alles raus! Hat ja wieder sein Schaess! Schild oben, ernsthaft! Geh doch, runter Schild! Nachnach! Oh mein dedi Ich gerechteIT! Weil Laufdahr nicht schwanzen! Wir dürften dich nicht töten! Sop, TP, TP, TP! Gib ihm, gib ihm! Ja, wohl, der macht richtig Schaden unserer! Komm komm komm, wir vor einem Schild! Na, er kommt ja noch ein Schild! Das gibst du nicht! Jetzt haben wir ihn aber fast! Oder hat er dann noch ein Leben, wenn er jetzt... Aber ist es das letzte, ich weiß es nicht. So, nochmal alle drauf. Ja noch, jetzt eins hat er noch, aber jetzt ist er wirklich das letzte, dann hat er noch vier Lebensleisten. Jawoll, Gott sei Dank. Es hat dich angelogen. Und mich auch. Sieh es dir an. Sieh richtig hin. Mein Kind. Es ist getan. Du hast ihn zurückgeholt. 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 Es ist geschafft. Okay, okay. Es sei dir gegönnt. Alter. Sollen wir unsere jubelnden Fans warten? Wir haben echt gewonnen? Haben wir verflaggt. Wir sollten die Galaxie öfter retten. Ich bin dabei. Nächstes Mal werde ich sie nicht vorher beinahe zerstören. Versprochen. Du versprichst gar nichts mehr. Diesen Moment haben wir uns verdient, Leute. Jetzt lasst ihn uns auch genießen. Da bist du ja, du alter clever. Wir müssen noch so einige Rundeberichte besprechen. Fall ist geschlossen. Nicht nötig. Wächter von Galaxien sind Namen gerecht geworden. Sie hatten Hilfe. Was ist das denn? Wer sind denn diese ganzen kleinen Racker? Falls Wächter suchen mehr Arbeit, Gott muss immer kämpft gegen Probleme. Ich glaube, was wir jetzt brauchen, ist ein schöner Spaziergang. Geil. Das sieht ihm doch nicht aus, oder? Da kommt ja noch was. Gut gekämpft, zerstören. Und deine zarten Freunde auch. Die Lady zeigt mich zart. Und wer ist dieses hübsche kleine Sahne-Stück in seiner güldenen Verpackung? Äh, eklig. Ich, äh... Lady Hellbender. Wir bedauern den Tod so vieler großer Unbeheuer. Doch wir ehren ihr Oblak. Sie sind beim Schutz des Rudels gefallen. Das ist ehrenhaft. Gehst du zurück nach Secnav 9? Zunächst müssen wir ein würdiges Zuhause für Fum bauen. Sonst verschlingt er jede Kreatur auf meiner Welt. Hm. Falls er wieder abhaut, einfach anrufen. Dann reden wir über die Karsche. Nun. LADY HELLBENDER. Cool. Fumm. Da ist er. Weiter geht's. Auf der Parade. Da ist doch gerade keiner, oder? Da ist er. Man, das ist geil. Ich war von Anfang an fast überzeugt. Was willst du, Wildfunk? Nicht garstiges Gespucke. Verfluchtes Fusselfieh. Wähle vor dir einen weiteren Wächter der Galaxie. Gell. Ich bin gut. Geh voran, Freund. Nein, nach dir. Nicht nötig. Ich insistiere. Nein, ich insistiere. Bursche, bitte. Diese fruchtlose Freundlichkeit verlangsamt unser Fortkommen. Und genau deswegen sollst du vorgehen. Wohlabend. Durchwandle die verstörende Vorhalle. Wohlabend. 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 Okay, ich seht's. Ihr habt doch nicht alles gesehen. Oder mitbekommen, wie es genau und wie lange es noch geht. Ich glaube, es kommt noch. Ich muss noch ein bisschen weiter. Aber nee, das war schon. Gell. Aber ich bin so vielen Schantarten bereit. Nicht für alle. Knacken wir irgendeine Bank? Wir sind pleite. Hey, ich raue doch keine Bank aus. Das ist illegal. Und? Riesenspaß. Du verdirbst das arme Kind. Entspann dich, Drax. Es war nur ein Vorschlag. Aber ein potenziell sehr lukrativer Vorschlag. Alles okay, Goldjunge? Mittelmäßige Magenverstimmung. Kein kritischer Kummer. Oh, wir haben uns umgezogen. Okay. Weil es ernst wird, hätten wir da hinten auch ein Klo. Okay, wir lassen uns noch ein bisschen laufen. Was machst du jetzt? Ich weiß noch nicht. Ich gehe wohl zurück nach Lamentis. Wobei, die Erde soll um diese Jahreszeit auch sehr schön sein. Uh. Oder ich sehe mir mal Kontraxia an. Da gibt es Glücksspiel. Ähm. Sollten wir Kontraxia nicht ein bisschen Zeit geben, um sich wieder zu, ähm, zu re-konvertieren? Es ist sowieso kein Ort für ein Kind. Hey, Mann. Ganz im Ernst. Du siehst echt gar nicht gut aus. Wo ist der Erste-Hilfe-Kasten? Ich habe die Grundausbildung. Wir haben keinen Erste-Hilfe-Kasten. So ein Quatsch. Natürlich haben wir einen Erste-Hilfe-Kasten. Der Panzerband zählt nicht. Vielleicht helfen ja Kolo und Salzstark. Ich brauche eine Versprechen, doch wir erhalten, okay? Macht euch um mich keine Sorgen. Ich fühle mich einfach. Wundervoll. Ach ne. Wundervoll. Ich... ... bin... ... ... Wieso kann ich das Käfermädchen in meinem Kopf spüren? Ich bin in allen euren Köpfen. So kann der Magus euren Wahnsinnsplan nicht mitführen. Und der wäre? Oh nein, besser wenn das von euch kommt. Ich und er dabei. Schicksal damit sind wir drei. Und wir sterben dann alle. Meine finale Form. In neuen Normen. Der Stein. Als das Ding damals meine Mom und mich angegriffen hat, hatte es Angst vor dem Stein. Ja, ich habe die Angst vor dem Stein auch gespürt. Oh ja, der Stein ist ein Gefängnis. Und der große Böse weiß das. Okay, also müssen wir ihn nur näher ranlocken und dann schmeißen wir einen Zauberstein nach ihm? Ganz genau. Nicht mehr Diebe als Sand im Getriebe. Huhu, was kommt nun auf euch zu? Mantis, wie locken wir das Riesenbaby hierher? Ich gebiet euch allen auf die Knie zu fallen. Tut das, was ihr am besten könnt, Wächter. Nein, nicht freundlich grüßen. Ich schätze eher, wir sollten ihn auf die Palme bringen. Und wer schafft das sogar bei Göttern? Na, wir. Na los, kniet und huldigt eurem Gott. Denn wer schaut wohl weiter, als ich, Gewinne Deid? Du applaudierst ihm? Das Klatschen ist ehonisch gemeint. Und, weiß er das auch? Weiß er das auch? Ja, applaudiert eurem Gott! Nope. Du bietest nichts als Lügen und falsche Versprechungen. Du bist der Schlimmste von allen! Warum wird dann geklatscht? Wir nehmen dich auf die Rolle, du Idiot! Ihr tut was? Ihr seid knien! Oh, flach! Soll das ein Witz sein? Zurück! Ich mach das! Niki, nein! Geh da weg! Vertraut mir! Ja, Freunde! Ich würde sagen, mit dem Bad machen wir jetzt Ausschluss. Und dann kommt doch, wie ich es vermutet habe, noch einer. Und das wird dann der Letzte sein. Für diesen Bad sage ich mal danke fürs Zuschauen. Dann kommt doch jetzt Kapitel 16. Ich dachte schon, warum ist es jetzt aus? Da war schon der Abspann. Ja, und dann ging es jetzt doch noch weiter. Okay. Gut. Dann sage ich für diesen Bad danke fürs Zuschauen. Und im nächsten Bad ist dann ziemlich sicher der Letzte. Ich glaube schon. Also, danke fürs Einschalten. Wer so nett ist, knallt noch einen Daumen raus. Da würde mich freuen, wenn es gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns. Höchstwahrscheinlich demnächst beim letzten Bad. Guardians of the Galaxy. In Kürze hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Ciao.